In einem angespannten Fachkräftemarkt bleiben Stellen immer länger unbesetzt. Wie kann Content dabei helfen, diese Stellen zu besetzen? Das erzähle ich dir. Und ich erzähle dir, warum Content für dich ein Investment und keine Ausgabe ist. Schauen wir uns erstmal an. Was sind die Auswirkungen einer nicht besetzten Stelle? Eine ausgeschriebene Stelle, zum Beispiel für eine Ingenieurin, steht im Bundesdurchschnitt über 100 Tage unbesetzt online, bis sie besetzt wird. Die Kosten für eine nicht besetzte Stelle, die Cost of Vacancy, bewegen sich schnell im Bereich von 10.000 bis mehreren 100.000 Euro. Wie änderst du das? Wenn zwei Dinge zutreffen, zieht ein Talent die Bewerbung in Betracht. Erstens, er oder sie muss dein Unternehmen kennen. Und zweitens, er oder sie muss dein Unternehmen für eine ernstzunehmende berufliche Perspektive halten. Der Schlüssel dazu sind Einblicke und Reichweite deiner Botschaft. Auf Basis unserer Erfahrungen und einem erprobten Prozess entwickeln wir mit dir ein strategisch auf dein HR-Ziele abgestimmtes Content-Konzept, und setzen es in Foto- und Videocontent um. Hierdurch werden mehr Menschen auf deine Company als attraktive Arbeitgeber aufmerksam und Interessierte erhalten mehr Informationen in der relevanten Phase ihrer Beschäftigung mit euch als Arbeitgeber. Lasst uns in einem Call schauen, wo in eurer Arbeitgebermarke die größten Potenziale für HR-Content liegen und wie wir diesen Hebel für euch aktivieren können. und pride in ihr! пойдet Remmel! 7.